Neben den vielen bunten Frühblühen gibt es natürlich auch einige Arten, die eher unscheinbar sind, wie zum Beispiel dieses Waldbingelkraut. Aber stille Wasser sind ja bekanntlich tief und deswegen lohnt sich auch hier genauerer Blick. Zum einen super Verteidigungsstrategie, tödlich giftig für alle Wiederkäuer wie zum Beispiel Rehe und Hirsche. Zweitens wissenschaftshistorisch interessant, denn der Tübinger Botaniker Camerarius entdeckte Ende des 17. Jahrhunderts an dieser Pflanze die Sexualität am Pflanzenreich. Er stellte nämlich fest, hey, die sind gar nicht alle gleich, von denen gibt es Männchen und Weibchen und so kam quasi die Geschichte mit den Bienen und den Blumen in die Welt. Wobei das mit den Bienen jetzt nicht ganz so genau stimmt, denn beim Waldbingelkraut übernimmt den Pollentransporter Wind.